Walla, du sind krass. Wow! Gib mir den. Der ist verdrückt. Was? Emre, danke. Emre, danke schön. Emre, Emre, danke. Pinguin oder Milch? Milchschnitte. Milchschnitte. Wallabilla, ja. Was geht ab, YouTube? Ich bin hier mit... Biggie Jackson. Genau! Und wir gucken uns eure Meebs in unserem Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Wir sind gerade live auf Twitch. Wenn ihr das nächste Mal dabei sein möchtet, dann kommt auch rein. Der Link ist ebenfalls in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Wir haben hier auf jeden Fall einige Sticker von mir, Bruder. Aber, boah, dieser Tag, Bruder. Wie gern würdest du gerne diese Monikas Chocolate Chip? Bruder, die sind kein Spaß, Bruder. Bruder, ich will die haben, Bruder. Ich will da drin baden, Bruder. Ich will die haben, Bruder, ja. Boah, dieser Tag war auch unendlich geil. Ey, dieser Tag war geisteskrank. Dieser Tag war geisteskrank. Oi. Oi. Kalyptus. Eune. Oi, Ka. Olga. Oi, Ka. Olga. Ka. Eurowings. Ka. Eustermast. Was? Dieser Tag war so witzig, Leute, ne? Oh mein Gott. Wo? Feuer! Wo? Wo? Oha. Bruder, du warst sauer, ne? Bruder, ich war sauer, Bruder. Du warst sauer, Bruder, ja? Ich war sauer, Bruder. Ne? Was geht hier ab? Dann, ich hab gecheckt, so Reaktionszeit war da, Bruder, eine Woche. Und, äh, da hab ich gecheckt, was er empfindet, meinte, Feuer, Feuer, es brennt oder so. Wo ist... An diese... Wo? Warte, warte, was war das? Chin... Nein. Was war das? Ich kann mich daran erinnern. Ayla? Nein, Bro, komm bitte nicht. Wieso kommt die Erinnerung immer wieder zurück? Ich versteh's nicht. Ich will darüber nicht mehr reden, Bro. Das ist für mich Vergangenheit. Und Leute, die da draußen denken irgendwie so, so, so. Ich hab mit keinem Vibe zu tun da draußen. Ähm, ich bin clean. Das bleibt auch so. Habt ihr mich hochgenommen, Alter? Was wolltest du uns hier sagen? Was sagt dieses Bild aus? Wo sind wir? Wir sind... Wir sind der Lidl! Wir sind der Lidl! Wir sind der Lidl! Niemand hat hier zu sagen. Einfach Spongebob und Patrick. Ich schwöre ohne Rolle! Ich schwöre ohne Rolle! Ich schwöre ohne Rolle! Das ist ja ne Giraffe! Anik! Anik! Wo findet man sowas? Meine Mutter, wenn ich verschlafen habe. Hasan! Ah! Hasan! Das ist einer der witzigsten Schwöre auf alle. Diese Memes sind geisteskrank. Wir sind eher ruhigere Personen auch. Alles um 300. Das ist eine Lidl! Ich schaue. Das ist eine Lidl! Mal lachen automatisch! Ja! Oh! 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 Ich würde lachen. Okay. Das geht nicht. Das geht nicht, Murat. Das geht nicht. Das geht nicht. Chat, woher habt ihr diese... Primetime. Merkst du, wie glücklich der da noch war? Primetime, Bro. Da wusste der noch gar nicht, was auf den zukommen. Da dachte der sich, boah, yo, Dudes, ich hab wohl das freche Format, man. Und jetzt, Bruder, der ist einfach älter als Mr. Krabs geworden in zwei Jahren, Bruder, ja? Wie andere den Podcast hören. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wie ist schon die Kalken? Nein. Nein, Bruder, nein, nein, das hat... Nein, nein. Boah, ihr seid schlimm! Nein, nein, nein. Boah, ich dachte eh schnell schlimm! Was habt ihr gemacht? Das ist kein Meme, das ist pure Wahrheit. Was hast du gesagt! Aufu! Chat! Geht weg von diesem Thema langsam, reicht. Leute, geht! Reicht! Eieieieieieieiei! Guck jetzt, guck jetzt. Wer war das? Meine Knickknacks. Nein, die hast du. Was? Ihr habt die auf einer Lampe gelagert. Ivo hat die gelagert. Er hat die versteckt vor mir. Ivo hat mich provoziert. Guck, guck jetzt, guck jetzt mein Blick. Du hast gesehen, wie locker der die genommen hat, Bruder. Ja, Walla, Ivo ist ein Riese. Er hat nur so gemacht. Kennst du diese, mit dieser Stange, wo du so drunter so laufst? Ja, was war wieder? So musste der unter der Tür laufen, Bruder, ja? Ivo ist ein Riese, Leute, der ist so ungefähr 2 Meter. Ja, so. Und ohne Schuhe 2,15 Meter. Wait a minute. Du bist ein Riese, Leute, der ist so ungefähr 2 Meter. Ja, so. Und ohne Schuhe 2,15 Meter. Wissen die, wie alt der ist? Äh, ne, soll der selber, wenn er reinschreibt. Wenn er reinschreibt, dann krass, aber der ist Riese. Wow, oh mein Gott. Zahm. Ja, wow, oh mein Gott. Wieso gehst du da mal? Wieso, Bruder? Weil diese Soße ist an mein Daumen gekommen. Diese Soße und ich musste realisieren. Ich war... Wieso gehst du da bei der Nachtung? Bruder. Ja. Wieso gehst du da mal? Ja, wieso gehst du da mal? Ja, wieso gehst du da mal? Ja, wieso? Ja, wieso... Die Schuhu-Kiba! Das ist... Who... Who... Is... Where... In? Well... The... What? We saw that Jin was having the stuff. Don't say this, fucking what? What? Don't say this! Don't say... Say the... Ah, nee... Where the fuck my head? Listen to me, listen to my Körper! Where the fuck my head? What? I don't get it, I don't know... This is what a fucking joke is this! Die hat mein Ende gebracht! Kommt die einfach aus Schweden in den Stream, Bruder, und erzählt irgendeine Story, Bruder! Boah, das Bild ist süß, ja! Bruder, ich sag dir ehrlich, Bruder, ich wollte diese Keks eigentlich alleine, Bruder, aber du warst sooo danach... Du wolltest unbedingt, Bruder, ich dachte nicht, komm, ich gern den, Bruder! Ich war so verrückt nach diesen Keks! Da war noch einer! Da hast du die ganze Munde genommen und mit Tüten und alles, Bruder! Ich küss dein Herz! Wenn ein Kollege fragt, und hast du die geklärt, dann sagen wir... Bruder... Nein, Mann! Die ist eh hässlich! Hahahaha! 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 Lass mal das, Bruder! Das? Stimmungsschwankungen, ja! Ich kann fünf, Baby! Yo! Ich kann fünf, Baby! Yo! Ich kann fünf, Baby! Yo! Halt die Fresse! Halt du auch die Fresse, Alter! Hau dir gleich, scheine rein! Hahahaha! Das war so random, Bruder! So ein geiler Tag auch, ne! Dein! Apo... Ola ja! Ola ja! Ola no front! Aber... Sandro? Voila! Woher gibt's solche Fotos? Ja? Uuuuuh! Hahahaha! Hahahaha! Der weiß, wie der aussieht, Bruder! Du könnt so... Der kleine Sohn von Alex Dehn sein! So ein bisschen so! Aber weißt du, wie der lau... Wer das oft sagt? Äh... Äh... Hey, Sir! Suchen wir einen guten Handy-Anbieter? Wir haben hier Vodafone! Wir haben hier Vodafone! Wir haben hier Weihnachten! Wie viel? Drei... Äh... Echt das bearbeitet? Nein! Das ist nicht rascher! Das ist rascher! Aber bearbeitet! Chat? Nein! Das ist ein echtes! Rascher... Doch! Annick, war das sein eigenes Bewerbungsfoto? Nein! Das ist nicht sein Bewerbungsfoto! Was ist das denn? Das hat er irgendwo... Das wurde irgendwo gefunden! Oha! Rascher! Aber Bruder, Rascher ist auch Dings, ne? Ja! Miese, Bruder! Das ist schon geil! Aber, äh... Annick, wie süß der aussieht, ne? Ja, ja! Ich schwöre! Und so voll... Stiefmutters Lieblingssohn! Ja, wunderbar! Wer ist das? Rascher! Nein! Yo, Rascher, ey! Du hattest ja damals schon die Fufies, ey! Alter, Rascher! Mann, Manni, Rehn! Yo, man! Never ever, never ever! YOLO, ey! Manni, Rehn! Never ever, Rascher! Yo, geil, ey! Das ist nicht Rascher! Das ist Rascher! Annick Achter, was hat der gemacht damals? War der auf asozial... Halt die Fresse, Rap? Wallah, der sieht echt so aus, ne? Wallah, billah! So ein bisschen alte Nimo-Zeiten und so, ne? Halt die Fresse, Rap! Ja! Jetzt gibt's Heckback und so, warte mal! Ich höre! Oh, Majoli! Nein! Der hat angefangen mit einem Delay. Der hat erst 10 Sekunden später angefangen. Er verpasst einfach... Nein, 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 nein! Warte, da kommt was anderes! Oh, Majoli! Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Ich bin nur der Schrapter! Ich bin nur der Schrapter! Ich kann mich kaum hasseln! Guck jetzt, guck jetzt! Das Geld immer knapp war! Guck jetzt! Ich kenn doch noch die einfachsten Texte der Welt, oder? Oh mein Gott, Alter! Ey, Leute, der Geist kracht! Da warst du auf Kukashem! Hier, ne? Wallah, da warst du auf Kukashem! Das ist scharf, Bruder! Ich find... Die Leute, Takis sind lecker, aber ich würde... Du nimmst vier, ich nehme vier! Komm, jetzt auf! Bruder, komm! Bruder, was hast du mit mir gemacht, Bruder? Vier! Komm, komm! Drei, Bruder, drei! Drei, okay, mach drei! Ohne Wasser, ohne nichts! Bruder, was hast du gemacht, Bruder? Hör doch auf damit! Bombastik Side-Eye! Drei, zwei, eins! Wann der Pille hat die sich scharf? Bruder, ich verdrache ich ja auch! Nicht trinken! Nein! Was? Nein! 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 Bist du jeckt, Bruder? Soll ich hier verrecken oder was willst du, dass ich hier umklebe, Bruder? Ich rasch da aus, Alter! Ich rasch komplett aus! Was ist los? Wieso streiten? Immer zusammenbleiben, nicht streiten! Bist du nicht müde? Boah, tot! Tot müde! Ich will raus! Schlafen unter meiner Decke, so schlafen! Clarissa! Clarissa! Das bringt mich immer so schnell zum Schwitzen, Bruder! Wann ist das schlafen? Das ist das schlafen! 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 Primetime, Bruder. Das ist Prime Prime, ja. Guck mal, wie dünn mein Bruder noch war. Das ist auf Erokesa angelehnt. Wallah, auf Kurdo, Bruder. Wann war das? 2009, 2010? Ungefähr, ja. So ungefähr. So ungefähr. Das ist nämlich was ich mich mal gesagt habe. Ich war überfordert. Bauer sucht Frau mit mir und... Was hab ich gemacht? Aber so können wir das Format nennen. Ja, bestimmt. Nenn mich einfach Choppern. Ich bin auch auf dem Bild. Ja, was hab ich denn so lange? Was soll ich denn machen? Ein anderes Wort, Leute. Mamadio will die deutsche Pass. Mamadio will die deutsche. Deutsche Pass. Nur Deutsche. Mamadio will die Deutsche. Gott tut mir leid. Oh mein Gott! Ja! Wow! Wow! Oh mein Gott! Also du bist vielleicht auch korrekt, also du diese Studio-Pray. Waaaaaah! Nein! Hey! Hahaha! Ich verkackte das einfach immer mehr und mehr. Wenn eine Person dich anruft und du in der selben Minute zurückrufst und sie dann nicht mehr drangeht. Oh mein Gott. Wallaya, der Blick ist 1 zu 1. Du sagst deinem Kumpel, dass er nicht zu auffällig gucken soll. 20. Entschuldigung. Bruder, was war mit dir? Guck nur um die Uhrzeit, Bruder. Ah nee, Bruder. Ah nee, Bruder. Warum ich vor mir die Uhrzeit geknallt habe? Ich weiß nicht, was ich mit mir war. Luffy. Meine Welt renn oder schießt, Krieg oder Peace, Kämpf oder Fließ, Hölle oder Paradies. Kannst du das nachmachen? Also den Rap-Part. Den Rap, den Rap-Part von den anderen. Meine Welt renn oder schießt, Krieg oder Peace, Kämpf oder Fließ, Hölle oder Paradies. Ich bin nicht mehr mit dem Mani, ich bin nicht mehr mit dem Mani. Ich bin nicht mehr mit dem Mani. Ich bin nicht mehr mit dem Mani. Aber wo? Ich glaube, der wird einfach ein paar Jahre ein Star, Bruder. Ich denke, er wäre einfach bei Econ 6 jetzt. Boah, ich... Aber damit, in Booth. Mit Mani, ja? Bruder, der weiß, wie viral der gegangen wäre, Bruder. Unglaublich. Oh. So, ihr wollt einer nochmal hören So, ja, ist doch kein Problem Okay, wenn das so ist, okay Alles gut Schaut die Leute an Wie glücklich, aber Yeah Yeah Schaut ihn euch an Schaut ihn euch an, wie glücklich er war Das waren Zeiten Aber ich will darüber nicht mehr nachdenken Bro, deswegen Biggi sucht Frau ist eine geile Formatsache Und Bewirbt euch jetzt Bewirbt euch jetzt bei Biggi sucht Frau Und werdet ein Teil meines Lebens Mit Biggi Mein RTL Wie kann man so ruhig spielen? Auf dem Platz, wo ich häng Ich hab Kali im Gepäck Hose Weg da in nem Sexarm mit 6 Mann überhutsch Du wirst mich zu Ah Unerwartet und lasse dich vor meine Prakasol Ich hab sie heute gestohlen Auf der Autobahn drück und ich roll im Benz Mir ist egal, was du sagst Sie fuckt sich an Sie fuckt sich an Oh mon chéri Rappappappappappappappapp Dandale, noch ein Spruch und du siehst Ohhhh Als als kleiner Mann In ein Jahren Weißt du, wer der einfach gerade ist? Aber weißt du, was für ein Vorteil ist, Jani, du weißt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Stell dir vor, du bist auf ein Date mit deiner Frau. Es ist einfach so, wie heißt du? Hallo? Dann bist du fertig, komplette Date ist, sagt er. Also das Date hat mir gefallen. Bis Ende sagt er. Das Date hat mir gefallen. Ja, ich würde dich gerne noch mal. Aber der Sandro ist halt ein erster Typ. Ja, der will ja. Der ist halt so. Wollah. Der ist halt vom Typ her so. Nee, das machst du nicht mit. Nee. Nein. 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 Ey, das war der letzte Meme. Geil. Geil, Alter. Wir sind hiermit durch. Wallah. Wallah hat sehr, sehr Spaß gemacht, eure Memes anzugucken. Und wenn wir das in Zukunft noch mal machen sollen. Schickt ruhig mehr rein. Schickt mehr rein. Kommt in den Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Es hat sehr Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da. Lasst ein Like da. Haut rein und ciao, ciao. Los.